Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus und wir sind immer noch hier in den Höhlen. Und ich habe jetzt blöderweise für diese Höhle keine andere Wahl, als zu Thrombosen Jonas und hier den Armsey hinzugehen. Ansonsten geht es ja in dieser Höhle gar nicht weiter. So, jetzt müssen wir einmal da rüber. Wir sind nämlich ganz gefährlich. Wer hier nicht aufpasst, der fällt ganz schnittiv. Kann sein, dass man dann stirbt. Oh, Alkohol. Noch ein Stock. Noch mehr Riegel. Nice. Wie viele Snacks haben wir jetzt? Ob das wir jetzt 15 Snacks haben? War nicht irgendwie ein Maximum von 10 oder so an Snacks? Na, der Totenschädel sagt aber, dass es hier weiter geht. Das heißt, wir müssen dann hier hin. Ich habe wenig Lust, mich beiden gegenüber zu stellen. Der ist auch bald leer. Würde ich sagen, wir wechseln wieder da rauf. Irgendwie mit der Taschenlampe bin ich mich sicher da, weil ich da weiter sehen kann. Hier waren wir aber noch gar nicht. Da hinten haben wir Trombose. Ah, hier oben. Perfekt. Dann können wir doch. Dann können wir doch. Dann können wir doch mal auf' Das war's. Der lebt ja immer noch. Wo muss ich jetzt hingucken? Ja, kann doch nicht sein. Ja, was machen wir dann? Haben wir noch Bolzen? Nicht mehr viele. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir insgesamt. Das hat er mit Mittagessen mit Megan beschrieben und das hat sie mit Megan's Ankunft beschrieben. Hier haben wir aber keine neue Kassette bekommen oder was? Glaubt, uns bleibt keine andere Wahl als... Drennen sollst du. Wie Gott, der kommt immer höher. Der soll langsam. Bitte gib jetzt an die man den Geister auf. Schatz ab. Komm schon. Ah, endlich. So, dann rüsten wir den hier wieder aus. War ordentlich gefressen. Aber dafür haben wir irgendwie wieder ein bisschen Mutantenrüstung. To-Do-Liste aktualisiert. Was haben wir jetzt wieder Neues? Äh... Ne. Ja, To-Do-Liste. Ne, hier ist To-Do-Liste. Äh... Welche Höhle haben wir jetzt erkundet? Wasserfallhöhle? Haben wir die fertig? Oh. Don't be afraid, just believe. Keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Oh, rote Farbe. Habe aber gedacht, die wären jetzt... mehr Monster. Weil... Okay... Und was wurde hinzugefügt? Neues? Also, das wurde hinzugefügt. Aber hier ist, glaube ich, jemand verhungert. Da scheint es rauszugehen. Oder zumindest nach oben. Oh, wir haben wieder Dynamit. Und wieder Leuchtwackeln. Hier haben wir wieder was. Ja. Beneath the Limestone. Und... Wir haben eine Kassette 3 gefunden. Nice. Ich hätte kurz gedacht... Äh... Was haben wir jetzt hier Neues? Ja, das haben wir jetzt. Sonst haben wir hier nichts Neues. So, auf dem Map, wo sind wir? Das heißt, das Ding, wo weiter geht. Okay. Bin langsam da... Oh. Wir haben Hunger. Wir sind am verhungern. Und am verdursten. Boah. Ich will nicht wissen, wo wir gleich rauskommen am Ende. So lange, wie wir hier jetzt in Höhlen unterwegs sind. Oh, da hängt jemand. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, hier sind wir. Hm. So. Boah. Hier, die Batterien sind wieder leer. Ja. Wir sind wieder hier. Und hier gibt's wahrscheinlich wieder Pfeile. Nein. Leucht wackeln, aber... So. Das hier müssen wir eben speichern. Das hier müssen wir eben speichern. Warte mal, bevor wir weiter tauchen, eben einmal ganz kurz gucken, ob hier nicht vielleicht noch so Sauerstoffflaschen sind oder so. Irgendwo? Ne, aber Riegel. Ah, jetzt haben wir Riegeln genug. Und einmal auf der Karte schauen, wo wir genau entlang müssen. Okay, hier führt's nicht weiter. Oder vorne ist hier jemand. Und... Also der hat auch einen Snack dabei. Ist da ein Weg? Wir sind immer noch in der selben Höhle. Und dann müssen wir noch weiter runter. Ah, das war... Hier ist noch eine Druckluftflasche. Okay. Okay. So, wir müssen uns eben kurz aufwärmen. Dann... So, warte. Wir haben eben uns auf und dann nehmen wir die Druckluftflasche unten an. Noch nicht warm genug. So, jetzt. Wann holen wir uns die? Wo ist denn die? Da ist sie. Noch eine? Aber hier muss es doch irgendwo weiter gehen, oder nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, hier auch nicht. Hier geht's nicht weiter. Komisch. Hier geht's doch. So. Die Uhren funktionieren alle anscheinend nicht. Ich würde gerne wissen, wie spät wir es jetzt haben in dem Spiel. Ob es jetzt sicher wäre. Den können wir wieder ablegen. Ob es jetzt... Wo ist unser Seil hin? Hier war doch vorne nur ein Seil, oder nicht? Das ist... Hier geht's anscheinend aber nicht mehr weiter. Dann ist jetzt nur die Frage, wo geht's denn weiter? In welcher Höhle sind wir jetzt eigentlich gelandet? Weil wir haben auch schon richtig viel jetzt erkundet. Wir haben auch schon richtig viel jetzt erkundet. Ja. Wie lange soll ich noch nach oben rennen? Da klettern. Ich dauere jetzt ewig, bis ich oben bin. Annen raus sind wir hier noch nicht. Da runterfallen will ich auch nicht. Und das ist der einzige Weg jetzt nach oben. Wir müssen uns auf den Kampf bereit machen. Gegen Thrombosen, Jonas. Das wird... Das wird ein harter Kampf. Aber... Erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deos. Und... Ciao. Ich bin's. Also. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020